Ja, Malzeit miteinander, es gibt hier nur einen kurzen Teaser, also einen Hinweis auf ein Video. Ich war vor einiger Zeit nun endlich dem Ruf gefolgt, den einige von meinen YouTube-Followern hatten. Ich glaube auch von Schattenmacher, das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber jedenfalls war ich mit dem Schattenmacher im Gespräch. Wir haben uns ein sehr allgemeines Thema genommen und uns da an verschiedenen Punkten entlanggehangelt. Der Titel des Videos Kult der Moderne und moderner Kult, also ein, sagen wir mal, philosophisches Gespräch über kritische Betrachtungen unserer Gegenwart. Mich hat das Gespräch sehr gefreut. Der gute Schattenmacher ist ja intellektuell ein Titan mit vielen interessanten Wissen und insofern habe ich das Gespräch auch gerne geführt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video interessiert, schaut einmal rein. Vielen Dank.